Hallo und herzlich willkommen! Dieses Video ist für alle empathischen und hochsensiblen Menschen, die sich ihr Leben lang schon irgendwie missverstanden oder verkehrt in dieser Welt fühlen. Mein Name ist Stefanie Reich, ich bin Achtsamkeitscoach, Buchautorin und coache empathen und hochsensible Menschen. Ja, vielleicht hast du auch schon öfter gehört, dass mit dir irgendwas nicht in Ordnung ist, dass irgendwas nicht stimmt, dass du anders bist als die anderen. Oder du hast vielleicht sogar schon seit deiner Kindheit das Gefühl, dass du irgendwie im Dauerstress bist, den du aber eigentlich schon gar nicht mehr merkst. Denn zum Beispiel musstest du sehr viel für andere da sein und konntest dadurch nicht genug Rücksicht auf deine eigenen Bedürfnisse nehmen oder überhaupt erst erlernen, wie man Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse nimmt. Die Wahrheit ist, du bist mehr als in Ordnung. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du durch die somatische Innenschau, das ist eine achtsame Selbstwahrnehmung, wieder in eine freundliche Verbindung mit dir selbst treten kannst. Deine Empfindsamkeit ist nämlich keine Schwäche, auch wenn dir das immer wieder so vorkommt und dir gesagt wird, du musst resilient werden und du musst es aushalten lernen, um da draußen in der Welt irgendwie funktionieren zu können. Diese Empfindsamkeit von dir, das ist eine Stärke. Und wenn diese Empfindsamkeit achtsam und mitführend betrachtet wird von dir selbst, dann kann Heilung möglich werden. Heute erkunden wir also, wie wir mit Hilfe der somatischen Innenschau Traumata in uns in die Heilung bringen können. Ja, ich bin inspiriert von der Arbeit von Lynn Fraser, eine Kanadierin und durch meine eigenen Erfahrungen als somatischer Achtsamkeitscoach. Ja, und lass uns jetzt mal gemeinsam erforschen, wie Trauma eigentlich im Körper gespeichert wurde. Und durch unsere eigene mitfühlende Präsenz und durch unsere eigene Achtsamkeit, da können wir praktisch den Raum für die Heilung ermöglichen. Denn Heilung beginnt im Körper. Ja, diese somatische Innenschau, das ist eine Achtsamkeitspraxis, bei der wir unsere Aufmerksamkeit auf den Körper lenken. Statt uns intellektuell mit Trauma auseinanderzusetzen, wie das oft in der Gesprächstherapie der Fall ist, und dort ja das Trauma im Gespräch immer wieder angesprochen wird und immer wieder gefühlt erlebt wird. Ja, stattdessen konzentrieren wir uns auf die Empfindungen, die wir fühlen. Und zwar ohne sie zu bewerten und ohne sie sofort verändern zu wollen. Und das erzeugt schon mal eine ganz andere Qualität der achtsamen Präsenz. Lynn Fraser hat dazu gesagt, der Körper speichert unsere vergangenen Erfahrungen ab und durch unsere achtsame Aufmerksamkeit können wir praktisch diese Spannung mithilfe bestimmter Übungen dann ganz einfach wieder loslassen. Wenn wir Trauma im Körper erleben, wird es oft in unserem Nervensystem abgespeichert und zeigt sich dann eben als körperliche Empfindung, zum Beispiel in Form von Spannung in den Schultern, die zunehmen und zunehmen und stärker werden und die gar nicht mehr irgendwo aufhören. Druck in der Brust oder ja so ein ganz allgemeines Gefühl der Unruhe, des Getriebenseins. Ja, und die somatische Innenschau hilft uns dabei, diese Signale zu erkennen und dann arbeiten wir ganz behutsam und freundlich mit ihnen. Ja, Lynn Fraser Stillpoint Ansatz, der ermutigt uns, diese oft auch unangenehmen Empfindungen mit mitfühlender Neugier zu begegnen. Wir sind dann wie ein Forscher oder jemand, der ganz genau diese Empfindung untersucht. Und indem wir uns auf diese Art und Weise an diese Symptome im Körper, die wir normalerweise nicht fühlen möchten, ja, bei denen wir uns es angewohnt haben, denen immer auszuweichen, dadurch kann langsam die Heilung geschehen. Heilung kann man also nicht erzwingen, sondern man muss den Raum dafür schaffen, erst einmal. Ja, lass uns jetzt mal eine kleine Übung der somatischen Innenschau machen, damit du dir das vorstellen kannst. Und zwar finde eine bequeme Position für dich und schließe die Augen. Wenn du dich dabei sicher fühlst, wenn nicht, kannst du sie auch gerne offen lassen. Und atme jetzt ein paar Mal tief ein und aus. Und atme langsam durch den Mund aus. Und lass dir Zeit beim Ausatmen. Und komm mal mit deiner Atmung ganz einfach in deinem Körper an. und spür, während du atmest, mal hinein. Wie fühlt sich deine Schulterpartie an? Spürst du da Anspannung sitzen im Nacken? Wie fühlt sich das an für dich? Wo genau in dem Bereich spürst du das Unbehagen? Wie fühlst du die Anspannung in deinem Körper? Und wie würdest du ganz genau diese Anspannung oder diese Empfindung beschreiben? Ist das eher ein Druck? Ist das was krampfig? Ist das ein Schmerz? Ist das eng oder ist da irgendwo eine Schwere? Und beobachte das jetzt einfach mal, ohne irgendetwas verändern zu wollen, sondern nimm es einfach mal an und atme da ein paar Mal in deinem eigenen Rhythmus tief hinein, in dieses Gefühl. Und lass es einfach normal da sein. Und bring jetzt auch mal etwas Mitgefühl oder Freundlichkeit in diese Körperregion, in der du die Anspannung jetzt gerade spürst. Und versuch mal etwas um die Anspannung, um den Raum, um die Anspannung herumzufühlen. Wie fühlt sich der Raum um diese Anspannung, um dieses Gefühl, die schwere, enge oder was auch immer sich da gerade dir zeigt? Wie fühlt sich das Drumherum an, der Raum um dieses Gefühl? Wenn du möchtest, kannst du auch deine Hände dort hinbringen, je nachdem, wo du die Anspannung gerade spürst. und einfach eine freundliche Aufmerksamkeit dort hinbringen. Kannst dich hier auch fragen, was braucht diese Empfindung jetzt gerade von mir? Ist es, dass ich mich mal etwas bewegen muss? Muss ich vielleicht ein paar Dehnübungen machen oder einfach nur dort hinatmen? Oder sind es ganz leichte Bewegungen, vielleicht mit dem Kopf oder mit den Schultern? Was braucht diese Empfindung von dir? Und gib dir die Zeit, die du brauchst, um einfach mit diesem Gefühl jetzt präsent zu sein. Erlaube dir das. Beobachte, atme und lasse zu. Ja, das war jetzt mal ein kleiner Vorgeschmack einer somatischen Achtsamkeits-Innenschauübung. Und diese mitfühlende oder freundliche Präsenz ist das Herzstück sowohl der Achtsamkeitsübung als auch der somatischen Innenschau. Lynn Fraser hat immer wieder betont, dass der Körper erst dann beginnt, im Körper gespeicherte Traumata loszulassen, wenn er sich sicher genug fühlt. Auch habe ich immer wieder beobachtet in meinen Coachings, dass das Gefühl der Verbundenheit in diesem Moment, also diese Co-Regulation, ein ganz wichtiger Anteil ist gerade am Anfang, wenn man sich auf den Weg macht, aber auch während des ganzen Heilungsprozesses von Traumata. Ja, in erster Linie bringen wir uns aber selber diese Freundlichkeit entgegen und mit dieser Art der Sicherheit, die dann entsteht, wenn wir also ohne Urteil oder Erwartung Raum für unsere Empfindung schaffen. Ja, und dieser Prozess, der nimmt in der Regel auch Zeit in Anspruch, denn Heilung ist ja nichts, was wir erzwingen können. Und es ist auch so, dass wir ja über unser ganzes Leben oft mit diesen im Körper abgespeicherten Traumata leben und wir es eigentlich noch nie erlebt haben, dass wir damit irgendwo in Sicherheit sein können. Und schon gar nicht mit anderen, aber eben auch nicht mit uns selbst. Wir schaffen dann also eine nähernde Umgebung, in der der Körper seine Schmerzen auf natürliche Art und Weise selber lösen kann. Und das tun wir ganz alleine mithilfe unserer Körperweisheit, denn der Körper führt uns ganz genau dorthin, wo es für uns richtig ist, dass wir jetzt gerade dort an dem Gefühl, an der Spannung, an dem Druck, was auch immer da ist, an dem Schmerz, dass wir jetzt gerade dahin unsere Aufmerksamkeit lenken. Das sagt uns unser Körper. Und in der somatischen Innenschau folgen wir nur dem und nicht der Vorstellung von einem Therapeuten oder irgendjemandem, der glaubt, er weiß es besser, wie das geht für dich. Ja, und der Fokus liegt einfach darauf, auf nicht das Unbehagen sofort loszuwerden, sondern es einfach loszulassen, ihm die Freundlichkeit zu schenken und sei es nur ein klitzeklitzekleines Zeichen der Präsenz zu schenken, der Aufmerksamkeit und des Zulassens und des Daseins. Ich bin jetzt da mit dem, was auch immer in mir ist. Vielen Dank, dass du mich jetzt heute auf dieser kleinen Reise der somatischen Innenschau begleitet hast. Und ich möchte dich gerne ermutigen, diese Praxis in deinen Alltag zu integrieren. Nimm dir also einfach regelmäßig einen Moment, um wahrzunehmen, wie sich dein Körper anfühlt. Jetzt gerade in diesem Moment. Das kann ein ganz kleiner Check-in sein, wo du einfach nur mal spürst, wo sitzen gerade die Verspannungen. Oft sitzen die im Nackenbereich oder im Kiefergelenk. Oder die Stirn ist angespannt. Und einfach nur mal rein spüren und dahin atmen. Und es einfach nur mal freundlich wahrnehmen, ohne irgendetwas ändern zu wollen. Mach dir einfach bewusst, dass diese kleine mitfühlende und freundliche Achtsamkeit in Bezug auf das, was in deinem Körper gerade geschieht, der erste Schritt in Richtung Selbstliebe ist. Und es ist nicht nur ein kleiner Schritt. Diese kleine Hinwendung zu dir selbst bedeutet deinem Körper alles. Sei geduldig, sei freundlich zu dir selbst. Und vertraue darauf, dass dein Körper den Weg kennt. Und für weitere Achtsamkeits- und somatische Übungen abonniere meinen Kanal und folge mir. Für Empathen und Hochsensible, die unter toxischen Beziehungserfahrungen zu leiden haben, habe ich dieses Buch hier geschrieben. Und es geht eben um die ganz komplexen Zusammenhänge von Erfahrungen mit schwierigen Menschen und wie diese Erfahrungen uns im Laufe der Zeit krank machen können und wie du dich daraus lösen kannst. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020